Ja, moin moin Leute, euer Zero Year und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Fallout 4 im Überlebensmodus und heute werden wir wie versprochen die Perks umstellen, die ich habe. Wir werden einmal kurz auf die Skilltabelle gehen und ihr seht, noch ist alles beim Alten. Doch das wird sich ändern, indem ich dieses Programm hier raushole. Warte, kleinen Moment. Oh, schwarze Bildschirm. Cool. Welche Taste gedrückt. Zack. Und zwar... Dieses Programm wird uns dabei helfen, die Perks umzusetzen. Und das läuft folgendermaßen. Ich erkläre euch das ganz kurz. Das Programm heißt auch so Fallout 4 Reset All Points. So, wir wählen das Buch aus, was wir am Anfang ausgewählt haben. Das hatten wir Glück. Habe ich extra nachgeguckt. Wir sind auf jeden Fall männlich. Und wir sind Level 16. Das sehen wir hier unten links. Level 16. Wir haben also 36 Punkte zu vergeben. Und wir werden uns jetzt erstmal die ganzen Perks anschauen, die wir haben. Um dann festzustellen, was nehmen wir denn alles. Ähm, ich habe ja schon ein paar Folgen aufgenommen. Ähm, und wir haben mittlerweile ausgewunden, ich bin mehr so eine Assessine. Gut, jeder Zuschauer, der mich mehr als weiter verfolgt, weiß, dass ich eine Assessine bin. In jedem Spiel. Und deswegen gucken wir uns einmal kurz die Perks an und dann werde ich entscheiden, was nehmen wir, wie viele Stärkepunkte brauchen wir und wie wird es am Ende ungefähr aussehen. So, hier haben wir das Stärketraining, äh, beeinflusst, wie viel wir tragen können und wie wir mit roher Gewalt zuschlagen. So, dann haben wir zuallererst Eisenfaust. Kanalisiere deinen Chi, um eine zerstörerische Wut zu infesseln. Waffenlose Angriffe verfügen deinem Ziel. 20 Schaden zu. 20% mehr Schaden. Brauchen wir nicht. Ich meide Nahkampf. Wie sonst was. Also Nahkampf wird bei mir nicht mehr vorkommen. Ich habe gesagt, ich habe zwar am Anfang gesagt, komm, lass uns Nahkämpfe machen. Aber, äh, der Schwierigkeitsgrad ist doch schon ein bisschen zu knallig dafür. Beziehungsweise, ich bin als Person nicht darauf ausgelegt, so zu spielen. Erste Liga. Streng dich richtig an. Deine Nahkampfwaffen verursachen 20% mehr Schaden. Ist eigentlich genau das selbe wie das hier, oder nicht? Waffenlose Angriffe. Achso. Waffenlos ist doch auch verdammt langweilig, oder? Ich meine, mal später spielen, um Waffen zu sammeln. Also, ich jedenfalls. So, äh, Rüstungsmeister. Schützt dich vor den Gefahren des Ödlands mit der Zugang zu Standard- und Rang-1-Mods für Rüstung. Ja, ich würde sagen, äh, definitiv. Wir werden also mindestens Stärke 3 haben. Schmied. Wirft die Schmiede an oder haltet Zugang zu Standard- und Rang-1-Mods für Nahkampfwaffen. Brauchen wir also nicht. Durch viele Übungen und Erfahrungen verursachen schwere Waffen 20% mehr Schaden. Brauche ich auch nicht so dringend. Du bist ja ein halber Pack-Esel. Du erhältst 25 Tragekapazität. Das ist nice. Äh, Stufe 6. Okay, also 6 würde ich später, im späteren Verlauf gerne gehen. Immer aufs Ziel. Die Genauigkeit beim Abfeuern von Schusswaffen aus der Hüfte ist verbessert. Ja, gut. Ist in Ordnung, aber... Braucht man das? Jetzt wird's persönlich. Schlage mit Schusswaffen... Schläge mit Schusswaffen verursachen 25% mehr Schaden. Das heißt, haben wir ein Bajonett vorne dran oder so und schlagen damit zu, macht das schon ordentlich Schaden. Warum auch nicht. Du bist zur Hälfte einem Baum, wenn du... Sorry. Du bist zur Hälfte einem Baum, allein schon wie es anfängt. Äh, wenn du stehen bleibst, erhältst du 25 Schadensresistenten außerdem, verursachen deine bewaffneten und unbewaffneten Angriffe 25% mehr Schaden. Wir bleiben stehen und machen dadurch mehr Schaden. Im Nahkampf. Ab durch die Mitte. Wenn du Power-Rüstung trägst und beim Sprinten gegen Feinde läufst, fügst du ihnen Schaden zu und bringst sie zum Taumeln. Roboter und übergroße Gegner sind immun gegen Taumeln. Ja, gut. Ich würde sagen, ich mache mir da mal ein paar Notizen. Wir werden also anfangen mit, äh, Stärke 3 und werden dann später, im späteren Verlauf, wenn wir sagen, okay, komm, wird langsam Zeit, dass wir irgendwo anders Punkte investieren, werden wir auf Stärke 6 gehen. Äh, wir fangen also an mit Stärke 3. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. So. Stärke 3. Wir haben also noch 34 Points übrig, also, pfff, alles easy. Äh, kommen wir zur Wahrnehmung. Wahrnehmung ist das Bewusstsein für deine Umgebung und dein sechster Sinn. Sie bestimmt die Waffenpräzision im Watz. Du erhältst sofort einen Punkt, wenn du jetzt draufklickst. Ja, äh, Wahrnehmung ist, denke ich, mal sehr wichtig. Äh, fangen wir an mit Langfinger. Wird definitiv einer meiner Perks sein. Äh, bleib tödlich, auch aus der Ferne. Angriffe mit nichtautomatischen Gewehren verursachen 20% mehr Schaden. Definitiv. Es geht hier um nichtautomatische Gewehre. Die werde ich auch einsetzen. Allgemein nichtautomatische Waffen werde ich einsetzen. Wir haben ja hier noch diesen Perk. Äh, kanalisiere den Geist des Wilden Westens. Nichtautomatische Pistolen verursachen 20% mehr Schaden. Definitiv. So, und haben wir, äh, als Alternative ein Gewehr. Und als Primär würde ich sagen, eine Pistole. Das heißt, Pistole werden wir auf jeden Fall aufrüsten. Ich laufe ja sehr gerne mit meiner Schalke entlang durch die Gegend. Das heißt, wir brauchen mindestens Wahrnehmung 2. Kenne die Schwachpunkte deiner Feinde, um sie zu besiegen. Du kannst dir die Schadensresistenzen eines Ziels im Watz ansehen. Ist okay, kann man machen, wenn man Bock drauf hat. Schlossknacken, definitiv. Wir brauchen also mindestens Wahrnehmung 4. Mehr Wumms, mehr Spaß. Deine Sprengstoffe verursachen 25% mehr Schaden. Und du kannst an Laborstationen Sprengstoffe herstellen. Ich würde das tatsächlich, äh, sollten wir jetzt nicht weiterkommen als Stufe 4, würde ich sagen, als Alternative, wenn wir Stufe 5 eingehen, wenn wir wirklich Probleme haben und Sprengstoffe einsetzen müssen, wenn wir auf jeden Fall bei Stärke noch einen Punkt reinsetzen und dann bei Abrissexperte weitermachen. Du bist eine Kreatur der Nacht. Zwischen 18 und 6 Uhr hältst du 2 Intelligenz und Wahrnehmung. Ja, brauchen wir nicht wirklich. Refraktor. Du reflektierst ja wie ein Spiegel. Du hältst sofort 10 Energieristenz. Ja, nö, nö. Konzentration ist alles. Du hast mehr Kontrolle und kannst beim Zielen mit Zielfernrohren deinen Atemlängen anhalten. Ja, ich denke, wir werden später auf ziemlich viel AP gehen. Ich denke nicht, dass das so wild ist. Wir werden sowieso ein Level erreichen, äh, bei dem wir sehr viele Punkte investieren können. Äh, insofern es da kein Level, äh, kein Limit zur Investition von Punkten gibt, äh, werden wir auf jeden Fall sehr viel erreichen. Und da wird das hier auf jeden Fall dabei sein. Niemand kann sich verstecken. Im Watz kannst du durch Deckung blockierte Körperteile eines Gegners mit geringer Präzision ins Visier nehmen. Aha. Ja, nö, nö, nö. Messiertes Feuer. Konzentriere dich. Im Watz erhält jeder Angriff auf dasselbe Körperteil plus 10 Präzision. Das ist nice, würde ich aber auch eher so als Alternative setzen zum Schluss, wenn wir wirklich keine Punkte mehr verteilen können. Gehen wir da auf. Das heißt, wir brauchen Wahrnehmung von 4, ne? Wahrnehmung 4 kommt sofort. Ups, das war 5. So, kommen wir zu Ausdauer. Ausdauer steht für deine physische Fitness. Der Wert bestimmt deine Gesundheit. Und wie stark das Sprinten deine Aktionspunkte verbraucht. Du hältst ab sofort einen Punkt. Gucken wir mal. Jetzt kannst du richtig einstecken. Du hältst sofort 10. Schadensresistent. Wow. Dein Verdauungstrakt hat sich an die Eigenarten des Ödlands angepasst. Du nimmst weniger Strahlung. Nö. Du bist die Vitalität der Person. Du unterhältst sofort 20 maximale Gesundheit. Ja, gut. Kann man machen, wenn man Bock drauf hat. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall mindestens 3 investieren. Immer rein mit dem guten Zeug. Du besitzt eine um 50% niedrige Chance, durch Verwendung von Champs abhängig zu werden. Das ist auch okay. Vielleicht werden wir auf die 4 gehen später. Was heißt dein Verbündeter? Du erleidest beim Schwimmen keinen Strahlungsschaden mehr und kannst länger unter Wasser atmen. Deine Zeit im Ödland hat dich abgeherrtet. Du hältst 10 Strahlungsresistenz. Nö. Dein Skelett wurde mit unverwüstlichem Metall verbessert, wodurch sich deine Körperteilschaden um 30% reduziert. Also quasi Verkrüppelungsgefahr wird gesenkt. Heile deine Wunden mit dem Fleisch deiner Sterblichen. Das Verspeisen von menschlichen Leichen stellt von uns 20 Punkte wieder her. Natürlich bist du noch ein Mensch. Zumindest äußerlich. Deine verlorene Gesundheit wird durch Strahlung regeneriert. Das heißt, je mehr ich verstrahlt bin, umso mehr heile ich mich. Ab in die Sonne zwischen 6 und 8 zu 2 Punkte. Ja gut. Ich würde sagen, wir investieren mal 3 Ausdauerpunkte gut. Wir haben dadurch weniger Leben, aber wenn ich den Spielstil einhalte, den ich gerne spielen möchte, dann werden wir das jetzt nicht so dringend brauchen. Charisma, wissen wir brauchen wir mindestens 6. Meisterhändler, du bäschst die Kunst des Handels beim Kaufen und verkaufen wir jetzt zu bessere Preise. Du bist schimmert und gefährlich. Frauen erleiden 5% mehr Schaden im Kampf. Und sind in Dialogen einfacher zu überreden. Wer braucht schon Freunde? Wenn du ohne Begleiter unterwegs bist, erleidest du 15% weniger Schaden und kannst 50% Ausrüstung tragen. Hier kommt der Clou. Der Hund zählt nicht als Begleiter. Das heißt, wir werden auf jeden Fall... Ja gut, Charisma 6 haben wir schon festgestellt. Da werden wir auf jeden Fall einen Punkt reinsetzen. 50% mehr Ausrüstung tragen ist nice. Dein treuer Hundefreund kann einen Feind festhalten, wodurch du eine höhere Trefferchance im Wadze hältst. Das ist natürlich auch nice. Auf Tuchfühling mit den Bestien. Zieh mit deiner Waffe auf ein Tier mit einem niedrigeren Level und erhalte eine Chance es zu beruhigen. Als Anführer... Ich muss mal kurz mal was zu trinken entschätten, sorry. Der ganze Tag ist schon Quatsch und ich komme gerade direkt aus dem Livestream. Deswegen bin ich noch ein bisschen trocken. Da werden wir ja sowieso einen Punkt reinsetzen. Als Anführer, an den sich jeder wendet, kannst du zwischen den Werkstatt-Siedlungen Versorgungsrouten einrichten. Sehr nice. Behalten wir auf jeden Fall Charisma 6. Definitiv. Du weißt, wie man Partys macht und wirst niemals alkoholabhängig. Inspirierend. Da du mit gutem Beispiel vorangehst, verursacht dein Begleiter oder dein Hund mehr Schaden im Kampf. Außerdem können sie dich nicht verletzen. Da haben wir auch nochmal den Beweis. Dein Begleiter oder dein Hund. Das heißt, der Hund ist kein Begleiter. Äh, ja, nö. Ödland-Flüsterer. Meistere die Postapakalypse-Welt. Ziele mit deiner Waffe auf eine Ödland-Kreatur mit einem niedrigen Level und erhalte deine Chance, sie zu beruhigen. Zeit, allen zu zeigen, wer hier der Boss ist. Ziele mit deiner Waffe auf einen menschlichen Gegner mit einem niedrigen Level und erhalte deine Chance, sie zu beruhigen. Gut, damit haben wir auf jeden Fall festgestellt, dass wir Charisma auf Level 6 brauchen. Somit haben wir noch 24 Punkte. Gehen wir weiter. So, ich weiß, wir werden uns heute damit sehr viel beschäftigen. Lässt sich nicht ändern. Ich wollte es unbedingt machen, damit wir ein bisschen besser werden. Intelligenztraining. Intelligenz beschreibt deine geistige Fähigkeit. Der Wert bestimmt, wie viele Erfahrungspunkte du hältst. Du hältst jetzt sofort einen Punkt. Ja, schön. Das heißt, wir halten mehr Erfahrung, je intelligenter wir sind. Gucken wir uns das Ganze also an. Punkt 1. Lass dich vom Vault-Tec leiden. Der Weg zum nächstgelegenen Questziel wird im Bust angezeigt. Finde ich jetzt nicht wirklich. Wow. Ist hier irgendwo ein Arzt. Simplex stellen 50% verlorene Gesundheit wieder her und Redway entfernen noch mehr Strahlung. Ist ab sofort optional. Wir werden diesen Punkt auf jeden Fall wegnehmen. Werden wir später wieder hinzufügen. Weil wir essen mehr Nahrungsmittel, als dass wir uns Simplex reinhauen. Waffenfreak. Wer zuerst schießt, tötet zuerst. Mit Zugang zu Standard-Rang-1-Mods für Waffen. Definitiv. Hacker. Definitiv. Wiederverwerter. Definitiv. Wissenschaft. Nutze fortschrittliche Technologie mit Zugang zu Standard- und Rang-1-Hightech-Mods. Ich glaube, Hightech-Mods sind für die Rüstung. Champs, die du konsumierst, wirken 50% länger. Robotik-Experte Maschinen, die Menschen, zumindest dir, wenn du einen Roboter hackst, erhältst du die Chance, ihn ein- oder auszuschalten, beziehungsweise seine Selbstzerstörung einzuleiten. Definitiv. Intelligenz 8. Nuklearphysiker. Du weißt, wie man Atome spaltet und beherrscht Strahlungswaffen, verursachten 50% mehr Schaden und Fusionskerne haben zusätzlich 25% länger. Cool. Nerdwut brauchen wir nicht. Das heißt, ich würde gerne auf Intelligenz 8 gehen. Wir werden das höchstwahrscheinlich wieder runtersenken. Aber derzeit bin ich noch gehypt von den Sachen. So. Weiter. Kanalisiere den Geist des Wilden Westens. Machen wir mit 10% mehr Schaden. Kommando brauchen wir nicht. Werde zu einem Flüstherrn. Werde zum Schatten. Du bist beim Schleichen 20% schwerer zu entdecken. Definitiv. Ja. Definitiv werden wir da auch auf jeden Fall einen ersten Punkt reinhauen. Du vertrittst den Tod höchstpersönlich. Auf jeden Fall. Du hast keine Chance zu verlieren. Denn Aktionspunkte regenieren. Seht sich 25% schneller. Wird auch noch kommen. Keine Treffer. Kein Schaden. Du hältst 25 Schadensresistenz und 25 Energieresistenz während du sprintest. Nö. Als ausgebildeter Schattenkrieger verursachst du mit deinen Fern- und Schleichangriffen den dreifachen normalen Schaden und mit deinen Nahkampfschleichangriffen den vierfachen normalen Schaden. Werden wir definitiv nehmen. Bewegung 7. Mindestvoraussetzung. Das heißt wir werden schon mal Bewegung 7 reinsetzen. Wir werden später wahrscheinlich noch höher gehen. Aber 7 ist erstmal das maximale. Hallo. Raus. Okay. Meine Maus will also nicht weiter. Muss ich jetzt raten wo es ist? Oh. Oh ich verstehe. Kleinen Moment. Alter. Wer ist Maus? Ich muss das hier mal kurz rüberziehen. Ich hatte das nämlich gerade zu Anfang der Folge ein bisschen größer gezogen. Ich glaube ich denke ich würde mich verarschen hier. Ähm. Oh Gott. Das verarscht mich. Okay warte warte. Ich habe einen Plan. Und meine Maus spinnt gerade rum. Okay. Äh. 3, 4, 3. Industries. 6, 8. Okay. Das heißt ich schließe das Programm kurz. Obwohl ich kann das doch speichern oder? Äh. Ach ich kann es nicht speichern. Also es ist ein bisschen schlecht programmiert. Ähm. So nochmal vorne. Äh. Luck. 3, 4, 3, 6. Und 8. Äh. Hier wollten wir auf 7 gehen ne? Das war 7. Achso. Wir haben noch 11 Punkte. Das ist nicht wirklich viel. Und ich würde sagen kommen wir zu Luck. Äh. Du weißt wie man die verborgenen Reichtümer des Ödlands herankommt und findest mehr Kronquocken in Behältern. Äh. Nö. Du weißt wie man plündert und weiter um weiter zu kämpfen. Du findest mehr Munition. Definitiv ja. Bonusschaden lässt Feinde gelegentlich zu einer blutigen Masse explodieren. Vorsicht vor umher fliegenden Augäpfeln. Kann man später machen. Kann man auch später machen. Den mysteriösen Fremden. Aber noch nicht. Inselbegabung. Du bist nicht dumm. Nur anders. Du hältst zufällig dreifache EP für erfolgreich abgeschlossene Aktionen. Je niedriger deine Intelligenz ist, desto höher die Chance. Aha. Okay. Nein. Ich muss auch noch kurz was trinken. Mega kritische Treffer. Fortgeschrittenes Training für verbesserte Kampfeffizienz. Kritische Treffer verursachen 50% mehr Schaden. Definitiv. Haben wir auch einen Punkt drin. Es ist mindestens Glück 6. Kritischer Sparer. Als geduldiger Schlachtfeldtaktiker kannst du dir einen kritischen Treffer aufsparen, um ihn in Zeiten der Not im Watz einzusetzen. Verstehe ich nicht. Der Tod steht dir gut. Tötest du einen Gegner im Watz, besteht eine Chance von 15%, dass deine Auktionspunkte vollständig wiederhergestellt werden. Okay. 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 Das Glück ist dir heute. Jeder Treffer im Watz hat eine Chance, seine kritische Leiste zu füllen. Auch gut. Okay. Glück werden wir auf 10 machen. Wir werden auf jeden Fall erstmal bis 6 gehen. Erstmal bis 6, Freunde. So, dann haben wir jetzt noch 7 Punkte frei. So sieht er bei uns derzeit aus. Und ich würde sagen, wir gucken mal, wo wir die letzten Punkte investieren. Ich würde sagen, definitiv einer hier. Das ist nämlich einer unserer Schadensbringer. Ich könnte sogar noch mehr machen. Ich könnte sogar schon 3 rein machen. Cool. Aber wir machen erstmal nur einen rein. Das werden wir erstmal auslassen. Arzt brauchen wir derzeit auch nicht. Schnorrer würde ich erstmal noch nicht machen. Die beiden Sachen. Hacker und der andere. Hacker und Mr. Sandman. Definitiv. Ja, ihr seht jetzt momentan mein Steam unten rechts. Weil ich jetzt momentan mein Desktop aufnehme und nicht das Spiel. Dann haben wir hier Schlossknacken. Definitiv. Da. Da steht sogar. Master Schlüssel mit Level 3. Das kann ich doch gar nicht. Ah, wenn wir im Viertel reinsetzen, bricht unser Lockpick nicht. Cool. Ähm. Lokaler Anführer. Ähm. Und der kritische. Jetzt werden wir jetzt noch einen Punkt frei, ne? Einen Punkt haben wir, Freunde. Noch einen Punkt. Äh. Wo setze ich den am besten rein? Schleichen. Definitiv schleichen. Bewegung. Level 3. Ja. Und damit würde ich sagen, äh, sind wir fertig. Ich muss jetzt nur noch kurz zwei Dateien. Woanders rüberziehen. Plopp. So. Äh. Dann gehe ich hier in die Konsole. Gebe Bad Reset ein. Und dann sehen wir schon. Warte. Zack. Oder wir sehen es noch nicht. Hätte eigentlich da jetzt sein müssen. Bad Run. Okay. Passt. Jetzt haben wir das geändert. Ich habe auch nicht gedacht, zuerst meine Aktionspunkte verschwinden, aber tun sie nicht. Ja. Die haben alles geändert, so wie wir es wollten. Und ich würde... Da, ach, da haben wir einen Punkt reingesetzt, ne? Ja, haben wir. Da haben wir nicht. 3, 4, 3, 6, 8. Das ist ja komisch. Bad Reset. Also, das ist definitiv nur optisch, was wir gerade sehen. Dieser eine Punkt. Das ist ja crazy. Also, wie wir sehen, ist das hier grau. Also, da ist definitiv kein Punkt drin. Sieht halt nur so aus. Na schade, das hätte ich ja auch gerne weggehabt. Der Sternchen, ne? Wäre schon cool gewesen. Aber gut. Lassen wir es dann erstmal so stehen, ne? Und damit würde ich sagen, sehen wir uns direkt heute Abend in der richtigen Folge. Das hier ist ja nur die kleine Ich-Ändere-Mich-Folge. Und dann geht es gleich auf jeden Fall direkt weiter. Gut, die Punkte sind natürlich irritierend. Aber früher oder später werden wir da einen Stern reinsetzen. Und dann ist gut. Ich meine, das sind ja auch schon richtige Fähigkeiten, die ich da habe. Ja, cool. Ich würde sagen, das hat sich definitiv gelohnt, mal alles hier ein bisschen umzustellen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht optisch ist, sondern wirklich auch im Spiel drin. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen an dieser Stelle wieder. Heute Abend an dieser Stelle wieder haut rein. Euer Sirutsch.